Hallo und herzlich willkommen meine lieben Leute zu einem kurzen Infovideo und zwar werde ich meinen 20. Geburtstag am Mittwoch, den 23.09. Stream um 19.30 Uhr seht ihr auch dann gleich eingeblendet und ja ich werde wahrscheinlich ein bisschen Minecraft spielen und ja ein bisschen streamen also wenn ihr dabei seid wäre natürlich cool und ansonsten ich werde auch nicht allzu lang streamen machen nur 2 Stunden weil mehr Zeit werde ich am Ende eh nicht haben ich habe allgemein nicht so Zeit und ja wäre cool wenn ihr dann dabei seid ansonsten sehen wir uns dann dort wieder macht's gut